hey hohe lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge unity wir sind wieder am schlüssel in der letzten folge haben wir diesen wunderbaren teich hochgezogen und haben so ein bisschen versucht hier den weg zu machen und der sieht immer noch genauso hässlich aus wie vorher ja der gute rgb pixel hat uns endlich unser me system für den hof hier fertig gebaut von applied energie sticks natürlich das hat mir beantragt und das haben wir wie gesagt jetzt hier drinnen und ihr seht wir haben von den meisten sachen halt jetzt schon über 14 bis 13 k also mehr wie genug tatsächlich ja das einzige wo ich noch mal mit dem schimpfen muss er hat meine ganzen lagerkissen mitgenommen die wir so mühevoll gebaut haben und die mich zurück haben denn die braucht noch für was anderes auf jeden fall dann wollte ich euch mal bobs haus zeigen und zwar ist der gute wieder ausgerastet mit seinem talent und hat so ein geiles dach hier hinten drauf gesetzt zieht euch das mal rein das ist ja einfach für so ein planken dach seht ihr das richtig geil und so ein richtig geiles fenster hier so mega sehr schön und hinten das wasserrad hat der veränderte zeige ich euch jetzt gleich auch mega schön halt gemacht genau hier das wasser hat genau das kommt hier vor dem teich die geile ist einfach so bearbeitet hat hier wie das hier so runter läuft wahnsinn und hier so runter in das rad rein zieht es euch rein sehr geil sehr geil ich gucke ob sich drinnen auch was verändert hat okay ach hier ist er seine schüssel und blöcke am auseinander pflücken wahrscheinlich so saßen wir sind aus er hat ja schon bäckerei schilder hingemacht ihr im me system hat auch ein me system jetzt bekommen auch mal hier schon baguette und torten das cool ist halt das geile an deko kraft damit kann sich so ein bisschen austoben ach hier hat er in schrägen gezogen der geile ofen ah da lodert jetzt auch feuer drinnen alles klar doch gemacht er dachte nämlich er hatte so ein bisschen angst dass sein haus so ein bisschen abfackelt deswegen hat er erst kein feuer drinnen und hier kommt dann noch ein tisch hin okay das hat er schon mal an markiert oben war ich noch gar nicht wir gehen mal hoch hat auf jeden fall schon mal geschüttelt hier und hier hat auf jeden fall schon mal sein bettchen schön konditor ok ja hier ging es ja runter um ist mein teddy bei den habe ich immer geschenkt hier geht es ja zum malwerk und hier unten hat er schon ein kleines lager schon mal hingesetzt und hier hat er jetzt ein geheimes räumchen mit schmelz und allem alles klärchen nicht schlechter sprechen schlecht ich kann auch noch eine schöne ecke machen ich sage ich bin immer fasziniert davon wie geil sein ausblick einfach ist er kommt aus der bäckerei und sieht hier diese geilen bäume so wir können aber jetzt mal zu sehen eigentlich dass wir die tiere hinten mal ein wenig vermehrt bekommen ne und zwar packen wir das jetzt mal weg hier und hier jetzt mal unseren puttmacher raus den hatten wir nämlich jetzt mal weggelegt haben wir hier irgendwie weizen drin haben wir nicht aber weizenkörner die kann man schon mal mitnehmen dann brauchen wir einmal ein bisschen weizen noch mal ein bisschen weizen oder die werden schon mal vermehrt Und packen wir hier einmal was rein. Hier einmal was rein. Und hier natürlich. Gut. Die Tiere vermehren sich jetzt erstmal ein bisschen. Und dann können wir eigentlich mal anfangen, in die Häuser die Fenster zu hauen, die wir auch haben wollen. So, da Fenster rein. Ob ich bitte von der Seite den Weg reinhauen, weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht. So, hier habe ich mal einen rein. So, dann hier vielleicht eins. Und hier. Okay, dann hier wieder eins. Okay, also so an den typischen Stellen, wo ein Fenster hin könnte, natürlich. Das ist die Frage. Da haben wir es. Da haben wir es auch. Diesen Baumscher in der Mitte. Da nicht und da nicht. Ja. Wartet mal. Ich hole mal. Ein bisschen Schwarzeiche. Und Planken haben wir ja eigentlich noch. Ein Twizzle habe ich auch noch im Inventar. Wir müssen nämlich hier mal was verbessern. Und zwar. Haben wir hier einmal vergessen, die Baumstämme zu machen. Hier haben wir jetzt soweit alles richtig. Das ist auch richtiges Haus. So, okay. Mache ich das erstmal zu. So. Jetzt wollen wir hier noch Fenster rein. Wo ist die Mitte? Hier, oder? Ich weiß nicht, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Was ist das weg? Das war eh falsch. Oder eher gesagt, hier ist eh falsch. Klar, wegen dem Baumstamm jetzt, ne? Weil da eben der Baumstamm zwischen war. Scheiße. Das ist natürlich blöd jetzt. Egal, machen wir das so. Hab jetzt keinen Bock, die ganze Wand abzureißen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, also vierer Fenster, ne? Okay, so kommen die Fenster. So machen wir das. Alles klar. Das haben wir hier eigentlich natürlich genau dasselbe Problem, ne? Aber hier natürlich jetzt. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, dann haben wir hier nicht so komische Führerfenster, wie wir es haben wollten. Okay, dann haben wir hier nicht so komische Führerfenster, wie wir es haben wollten. So, ich hole mal den Magneten und gehe gleich dort schlafen, weil es ist wieder dunkel hier auf dem Server. So, den Magneten rein und einmal her machen. Sonst sehen wir ja gar nichts. So, dann nehmen wir nur einmal in die Nähe hier von Fliegen. Dann sammeln wir auch alle Sachen fein ein. So viel Holz hätten wir hier ins Nichts katapultieren lassen. Hier mal Daumen sage ich jetzt einfach, dass wir dann die vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist klar, sind die nicht. So, okay. Hier haben wir jetzt auch alle Fenster drunter, ne? Ja, alles Klärchen. Dann packen wir jetzt hier mal Fenster rein. Oh, ich muss nicht mal am Auge jucken. Okay, you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht. Okay, ich bin dumm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht. So, das noch. Jetzt haben wir, glaube ich, alle, ne? Okay, the last one. Ähm, da wollen wir es nicht, ne? Ich wollte jetzt schon anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, raus. 1, 2, 3, 5, 6, sieben, acht. 4, raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, raus. Jo, okidoki. Ein bisschen snacken. Ich möchte das tatsächlich so wie Bob haben. Bob hat das halt richtig geil gemacht. Aber wie hat er das gemacht? Das sind die Glaskatter. Das sind die Glaskatter. Rollschraubenschüssel. Hier ist mein Diamantschmäh. Vorlang haben wir auch. Wie heißt das denn? Warte mal. Hier, Meißeldesign. Zo. Ups. Ups. Ups, ja. Ähm. Wie mache ich das wieder heile? Die spawnen lassen, ne? Ja, danke, Magnet, aber ich möchte den ganzen Mist nicht wieder aufsammeln. Oh, no way! Alles wieder... So, okay. Alles wieder raus. Alles wieder rauswerfen. Ihr könnt alle schön kaputt gehen. Das ist blöd, ne? Jetzt habe ich diese Dinger da einmal kaputt gemacht. Oh man, das war ein ganzer Block. Sieht mal, wie viel Bits da rauskriegt werden aus so einem Block. Okay. Okay, so. Bloß nicht mehr mit den Magneten in diese Nähe gehen. So. Eiche. Ganz normale Eiche haben wir tatsächlich. Es ist halt die Frage, wie... Ich glaube, er hat tatsächlich... Erstmal hier draufgeklickt, ne? Und dann? So, warte mal platzieren, ne? Okay, das geht aber auf jeden Fall. Ähm... Jetzt packen wir mal ein bisschen was weg, was wir nicht so brauchen. Zumindest gerade nicht. Wir hatten doch diesen Bits-Beutel hier. Okay, jetzt habe ich zumindest ein bisschen was in diesem Beutel drin, ne? Ähm... Ja? Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Oh, zum Glück gibt es so rückgängig, Taste. Ich hätte mich jetzt ermordet. Einsetzen, hinzufügen. Ich meine, es ist einfach nur platzieren. Das ist mir zu blöd. Das ist mir zu gefährlich. Oh Mann, ey. Das ist mir zuerst. Okay. Und jetzt... Und dann kann ich... Oh Mann, ey. Töne. Hmm. Ich glaube, das klappt so nicht mit dem Geklauten. Hmm. Eine Ebene. Oh Mist. Oh, so eine Scheiße, ey. Oh Mann. Leute, rückgängig. Oh Scheiße, wie geht das denn? Oh Mann. Nee. Ah, ich geb auf. Wir haben Bock mehr. Gut, lassen wir das mit dem schönen Haus. Da muss Bock mehr erstmal Unterricht geben. Bin ich so blöd für, wie eigentlich für fast alles. Ich würde sagen, das war es auch schon mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich versuche hier mal so ein bisschen rumzufummeln. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.